. Parkhaus Urania in Zürich 1991. Mitten am Nachmittag wird eine junge Frau niedergestochen. Das Opfer stirbt am Tatort. Die Polizei sucht nach einem brutalen Mörder. Ein fataler Irrtum. Dass es eine weibliche Serietäterin gibt, eine gefährliche, hat man bis dahin nicht für denkbar gehalten. So etwas, das völlig unberechenbar aus dem Nichts agiert wird, habe ich noch nie erlebt in dieser Art. Hier ist als Motiv, das hat die Täterin selber gesagt, nur die Lust am Töten gewesen. 1991. An einem warmen Juni-Tag zieht es die Innerschweizerin Caroline H. nach Zürich ins Parkhaus Urania. Nicht zum ersten Mal. Mit dem Lift fährt die 18-Jährige rauf und runter. Wie immer trägt sie ein Messer auf sich. Sie hält Ausschau nach einem Opfer. Sie will endlich ihre Fantasie, eine Frau umzubringen, in die Tat umsetzen. Im siebten Stock des damals düsteren Parkhauses vernimmt sie das Klappern von Absätzen. Alles geht blitzschnell. Sie hat sich ihr von hinten genähert. Die Frau wollte sich umdrehen. Es war dann aber schon zu spät. Sie hat dann mit einem sog. Butterflymeister in den Rücken gestochen. Und das hat dann auch sofort zur Öffnung der Schlagoderen im Innenbereich geführt. Und die Frau hatte aufgrund dieser Verletzung keine Chance, um das zu überleben. Nach der Tat verlässt Caroline H. das Parkhaus unbemerkt. Bei späteren Einvernahmen beschreibt sie das Geschehen in nüchtern. Die Frau, die im Parkhaus Urania getötet wurde, ist eine 29-jährige Aargauerin. Im Kofferraum ihres Autos findet die Polizei ein Festkleid. Sie hätte es an der bevorstehenden Hochzeit der Schwester getragen. Bald hätte sie auch ihre eigene Hochzeit gefeiert. Nach der Bluttat steht die Polizei vor einem Rätsel. Wir haben alle richtig recherchiert. Der wissenschaftliche Dienst ist dort gewesen. Wir haben Detektive aufgeboten. Wir haben Fahndungsbilder gemacht. Wir haben Aufrufe in der Bevölkerung gemacht. Wir haben Personenbefragungen gemacht. Wir haben wirklich alles Erdenkliche gemacht. Und trotzdem sind wir an und für sich kein bisschen weitergekommen in diesem Fall. Die Polizei fahndet nach einem oder zwei Männern. Die Öffentlichkeit ist alarmiert. Schnell bekommt der Fall eine politische Dimension. Frauen fordern sicherere Parkplätze. Für den Strafrechtsprofessor der Universität Zürich, Christian Schwarzenegger, ist klar, dass Polizei und Öffentlichkeit von einem männlichen Täter ausgehen. Der gefährliche Täter ist ein Mann. Von dem gehen alle aus. Also bei der Polizei, bei der Justiz, einer der Gesellschaft. Und das hat in diesem Fall die Untersuchung in eine völlig falsche Richtung gelenkt. Es hat sogar dazu geführt, dass man Frauenparkplätze separat abgesondert hat, grössere Beleuchtung eingeführt, weil man eben immer die Gefahr bei einem männlichen Täter verankert hat. Weil eine Frau als Täterin undenkbar ist, bleibt Caroline H. unbehelligt. Wenige Tage nach dem Mord im Parkhaus beginnt sie eine Verkaufslehre in Luzern. Die bricht sie, wie alle folgenden, nach kurzer Zeit ab. In dieser Zeit, 1991-92, geht ein Feuerteufel um in Luzern. Die Brandserie beginnt mit kleinen Sachbeschädigungen. Später lodern Schuppen, dann bewohnte Häuser. Spektakulär ist der Grossbrand eines Holzlagers einer Schreinerei. Die Feuerwehr steht im Grosseinsatz. Trotzdem kommt es zum Totalschaden. Niemand ahnt, dass die Parkhausmörderin und die Serienbrandstifterin dieselbe junge Frau sind. Den Höhepunkt der Brandserie kündigt sie im April 1992 an. Seit dem Mord im Parkhaus ist ein knappes Jahr vergangen. Auf einer Zugstoilette beschreibt sie eine Papierserviette. Ich bin ein Brandstifter. Heute Nacht gibt es den zweiten Grossbrand in Luzern. Ich kann es nicht lassen. Die Serviette lässt sie liegen. Am 23.04. ist eine Papierserviette, die man braucht, um die Hände abzurechnen, in der Toilette von einem Zug aufgefahren wurde, von einer Passantin. Die hat die Serviette dann übergeben, Zug geführt. Dort ist ein Brand angekündigt worden und unter anderem ich kann es nicht lassen. Am 29.04. war ein Versuch ganz in der Nähe des Kommandogebäudes. Dort entdeckte er den Brand auch und lösche. Dann ging sie in den FOMOS herunter. In Ästern herum hat die Bananenschachtel angezogen, die dort deponiert waren. Dann löste er den Dachstockbrand aus. Der Brand war so intensiv und musste mit Wasser bekämpfen, dass man einen totalen Schaden im Gebäude hatte. Am historischen Gebäude entsteht ein Schaden in Millionenhöhe. Die Kriminalpolizei Luzern geht von einem Brandstifter aus. Von einem Mann. Für Caroline H. ist der FOMOS Grossbrand ein Erfolg. Sie ist stolz darauf und macht Andeutungen gegenüber einem Bekannten. Das wird ihr zum Verhängnis. Er gibt der Polizei den entscheidenden Hinweis. Wenige Tage später kommt Caroline H. in Luzern in Untersuchungshaft. Sie gesteht 40 Brandstiftungen. Auch Menschenleben hat sie gefährdet. Der Gesamtschaden beträgt 4,5 Millionen Franken. Bei Caroline H. ist es einfach so, dass sie sich natürlich bei den Brandstiftungen gross vorkommen ist. Sie hat Action verursacht. Sie hat für das gelebt, von dem gelebt. Das zeigt auch, dass sie die Taten in allen Einzelheiten schildern konnte. Sie hat Zeitungsausschnitte weggetan. Sie hat das wieder erlebt, immer wieder konsumieren konnte. Und das war der Kick, den sie hatte. Sie ist auch zum Teil an die Brände hingegangen. Sie ist dort geschaut und hat sich auch ergötzt an dem, was sie hier ausgelöst hat. Als Serienbrandstifterin findet Caroline H. Aufmerksamkeit und Beachtung. Noch lange ahnt niemand, dass die 19-Jährige ein knappes Jahr zuvor eine Frau getötet hat. Kriminelle Karrieren machen sie eigentlich schon früh bemerkbar. Das ist nicht unbedingt schon kriminelles Verhalten. Das sind Fantasien, die in richtigen Quälereien gehen oder wo man durchspielt, wie man jemanden tötet. In diesem konkreten Fall ist das eigentlich schon sehr früh ausgebrochen. Mit 18 ist es zu der ersten Tötung gekommen. Aber der weitere Verlauf zeigt, dass das eigentlich so typisch ist für die Gefährlichkeit. Nämlich, dass man ganz verschiedene Delikte begeht und dass sich das Verhalten immer mehr verstärkt. Aufgewachsen ist Caroline H. in der Innerschweiz, in einem ländlichen 4000-Seelen-Dorf. Hier geht sie zur Schule. Ihre Eltern sind gebürtige Österreicher. Sie leben seit Jahrzehnten im Dorf und sind gut integriert. Ihre Kindheit sei intakt gewesen, sagen Psychiater später. Im Dorf erinnert man sich ihrer als scheues Mädchen mit blondem Haar. Ich habe sie meistens gesehen, wenn sie in die Schule ist und wieder jemand von der Schule kam. Und dann ist sie bei uns ins Geschäft. Wir haben ein paar Petri und ein Fotogeschäft. Und dann ist sie alle einkaufen. Sie hat sie Gummi geholt und Bleistifte und Sachen. Und es war eine ganz zierliche, schlankere Mädchen und sehr nett. Während der Realschule sondert sich Caroline H. immer mehr ab. Gleichzeitig habe sie darunter gelitten, dass sie wenig beachtet worden sei, sagt sie später. Sie begeht kleinere Delikte, auch Brandstiftungen. In der Umgebung gehen Heusch-Schober in Flammen auf. Fotograf Josef Reinhardt hat sein Leben lang Unfälle und Brände dokumentiert. Katastrophensepp nennen ihn die Leute. Er ist Caroline H. unmittelbar nach einer Brandstiftung begegnet. Plötzlich hat es geissen, dass sie Haugettchen brennen hier in der Almend. Und dann bin ich ins Altbunnen und raus und ging fotografieren. Und dann war das schon fast ausgebrennt. Und danach ist plötzlich jemand zu mir gekommen. Und ich habe sie schon gekämmt, an und für sich. Und dann sagte sie, gellet sie, Reinhardt, das hat jetzt auch noch schön gebraucht. Und dann habe ich gesagt, ja, das hat schön gebraucht. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie das auch zu umdenken. Caroline H. fällt negativ auf. Mehrmals bricht sie Leerstellen ab. Sie ist gekränkt, äussert Drohungen. Man munkelt, sie habe psychische Probleme. Die Einbürgerung wird ihr verweigert. Ihr Traum, Polizistin zu werden, platzt. Zurück nach Luzern. 1992 kommt Caroline H. in Untersuchungshaft. Sie gesteht 40 Brandstiftungen. Es folgt der Prozess vor dem Luzerner Kriminalgericht. Niemand ahnt etwas vom Parkhausmord vor zwei Jahren. Bezüglich der Brandstiftungen zeigt Caroline H. weder Einsicht noch Reue. Sie hat immer betont, sie würde das wieder machen, was sie gemacht hat. Sie hat eine menschenverachtende Art gehabt, wo eine Gesamtwürdigung von all diesen Faktoren wirklich Anlass gegeben hat, zu denken, die Frau ist gefährlich, die muss längere Zeit hinter Gitter sein. Das Gericht folgt der Staatsanwältin und verurteilt die 20-jährige Caroline H. zu vier Jahren Zuchthaus. Darüber hinaus ordnet es die Verwahrung an. Das heisst, hinter Gittern auf unbestimmte Zeit. Die Verwahrung einer 20-jährigen Frau ist damals sehr umstritten. Damals gab es eigentlich noch fast keine solche Verwahrung. Man hatte ein anderes Denken. Ich war dort eigentlich effektiv ein wenig einsame Rüferinnen der Wüste. Die Verwahrung einer 20-jährigen Sanktion war, insbesondere in Bezug auf eine Frau, insbesondere in Bezug auf die Caroline H., die damals als ganz feines, liebes Persönli aufgetreten ist. Und man hat schon im juristischen Umfeld mehr bedeutete, wie kommst du dazu, eine solche harte Sanktion zu beantragen? Im Gefängnis fällt Caroline H. durch renitentes Verhalten auf. Trotzdem hebt das Obergericht Luzern als zweite Instanz die Verwahrung auf und senkt die Strafe um ein halbes Jahr auf dreieinhalb Jahre. Ausschlaggebend sind neue, positive psychiatrische Gutachten. Auf diese neun Befunde stützt sich das mildere Urteil des Obergerichts. Ein brisanter Entscheid. Schaut man den weiteren Werdegang Caroline Haas an. Man hat einfach auch generell damals und immer noch, würde ich meinen, ein bisschen Müde mit einer Frau, so einer Gewaltbereitschaft und so einer Gefährlichkeit zuzutrauen. Und ich glaube schon, dass das damals mitgespielt hat. Anfangs der 90er Jahre waren psychiatrische Gutachten nicht standardisiert. Bis heute gibt es bei uns nur wenige forensische Psychiater, die von der Fachgesellschaft zertifiziert sind, Gutachten über Straftäter anzufertigen. Seit den 90er Jahren, seit auch die Problematik der gefährlichen Täter im Vordergrund steht, hat man versucht, dort die Qualität zu steigern von diesen Gutachten. Man hat auch eine verbessere Fachausbildung und man versucht auch die Methoden statistisch genauer zu machen. Aber man darf natürlich nie vergessen, dass in Zukunft Aussagen über menschliches Verhalten, und die sind immer ungenau. Und bis jetzt hat man da eigentlich nicht so einen Standard erreicht, dass man über Jahre heraus Gefährlichkeit voraussagen könnte. 1996 kommt Caroline H. nach Zürich. Ihre Strafe von dreieinhalb Jahren hat sie im Gefängnis verbüßt. Die 23-Jährige macht Kampfsport. Wieder fängt sie eine Lehre an, diesmal als Elektrikerin. Wieder legt sie Brände und gefährdet Menschenleben. Wieder zieht es sie in Parkhäuser. Wieder hat sie den Film im Kopf, eine Frau erschrecken und töten. Wie damals vor fünf Jahren. Im Parkhaus Hohe Promenade lauert sie einer Frau auf. Wenige Meter vor Caroline H. kehrt diese unvermittelt um und fährt mit dem Auto davon. Für Caroline H. ein Misserfolg, wie sie in einer späteren Einvernahme schildert. Ich kam gar nicht dazu, zu versuchen, sie zu töten. Sie lief davon. Nachreinen mochte ich ihr eigentlich nicht. Ich hätte versucht, die Frau zu erstechen. Es hat mich einfach gereizt, es nochmals zu machen. Ich hatte Lust, es nochmals zu machen. Der Trieb zu töten. Die Lust am Morden. Andreas Frey ist forensischer Psychiater. Er hat Caroline H. über längere Zeit begutachtet und Mordlust diagnostiziert. Es ist selten, aber wenn man die berühmten Einteilungen von den Serientötungen anschaut, also von den Serienkiller, dann ist eins davon der hedonistische Killer, also der, der um das Mordens willen töten will. Und dann würde man auf Deutsch Mordlust sagen. Und das ist, denke ich, bei Caroline H. nach allem, wie sie ihre Daten so geschildert hat, auch der Fall gewesen. Bei Frauen ist Mordlust noch seltener als bei Männern. Aber schon bald wird diese bei Caroline H. wieder übermächtig. Im Januar 1997 geht sie gegen 19 Uhr zur Zürcher Seepromenade. Wieder hält sie Ausschau nach einer Frau. Wieder sucht sie ein Opfer. Nach einer halben Stunde will sie aufgeben. Dann sieht Caroline H. eine Spaziergängerin. Eine 61-jährige Frau. Caroline H. nähert sich ihr, legt ihr den Arm um den Hals und sticht mit dem Teppichmesser zu. Die Frau, gross und stark, leistet heftige Gegenwehr. Die Klinge des Teppichmessers bricht ab. Caroline H. nimmt ein Klappmesser zur Hand. Erneut sticht sie, wie von Sinnen, auf das Opfer ein. Dann geht sie zum See, um Hände und Messer vom Blut zu reinigen. Sie packt einen Stein, geht zurück zum Opfer und schlägt ihm damit mehrmals auf den Kopf. Das war in diesem Fall ähnlich wie im Urania-Park-Ausfall. Die Polizei stand an und für sich vor einem Rätsel. Es gab nicht wirklich ein Motiv, wenn man die Abklärung angeschaut hat. Kein Beziehungsdelikt. Die Frau war eine ältere Dame. Einen Raub konnte man weitgehend ausschliessen. Und aufgrund von dem ist man natürlich mal wieder an dem Punkt gewesen, wo man gesagt hat, das muss irgendein Mann oder mehrere Täter gewesen sein. Am folgenden Tag findet die Polizei bei der Leiche Spuren des erbitterten Kampfes. Das Teppichmesser. Das Teppichmesser. Den blutverschmierten Stein. Den abgerissenen Knopf vom Mantel des Opfers. Der Mantel ist mit Messerstichen übersät. 30 Mal hat Caroline H. zugestochen. Bei der späteren Einvernahme gesteht Caroline H., dass sie mit der Tat beim Chinagarten nicht zufrieden war. Sie, die Perfektionistin, hatte im Kopf ein anderes Drehbuch. Es hätte aber schneller gehen müssen. Sie hätte schneller Angst haben und schneller tot sein müssen. Ich konnte nicht mehr aufhören. Wenn ich einmal in Fahrt bin, dann kann mich nichts mehr stoppen. Mit 24 Jahren hat Caroline H. bereits zwei Menschen umgebracht. Generell aber gibt es nur ganz wenige Frauen, die töten. Frauen sind grundsätzlich weniger kriminell als Männer. Und bei der Tötungskriminalität sind es 10% überhaupt. Und sie sind in einer anderen Rolle tätig. Teilweise als Mittäterinnen. Teilweise aus Beziehungskonflikten aus. Es ist, wenn man kriminologisch gesehen, nicht so schwerwiegend wie die männliche Tötungskriminalität. Und auf der anderen Seite ist es dann noch seltener, wenn es um besonders gefährliche Täter geht. Dort hat man in der Schweiz momentan kaum Erfahrung. Es sind vier Frauen, die aufgrund ihrer Gefährlichkeit verwahrt sind. Ein Jahr später, 1998, schlägt Caroline H. erneut zu. In einer Buchhandlung in Zürichs Altstadt. An einem Samstagmorgen um 11 Uhr betritt sie das Geschäft. Die junge Frau stellt sicher, dass die 75-jährige Buchhändlerin allein im Geschäft ist. Dann sticht sie zwölfmal zu. Wieder richtet sie ein Blutbad an. Die Buchhändlerin wird lebensgefährlich verletzt. Caroline H. stellt sich auf das Opfer, um es ganz bewegungsunfähig zu machen. Aus der Ladenkasse stiehlt sie 400 Franken. Unerkannt verlässt sie den Tatort. Oberhalb der Buchhandlung wohnt damals ein Arzt. Er rettet der Frau das Leben. Ich spielte mich direkt in die Buchhandlung ein. Und habe dort die Buchhändlerin gefunden. Am Boden liegend. Wach. Ich konnte sie ansprechen. Ich habe dann versucht, mich ein wenig zu orientieren. Ich habe versucht, die Kleider zu öffnen, mir einen Eindruck zu machen über die Art der Verletzungen. Ich sah, dass sie diverse Stichwunden hatte. Am Thorax, auch am Hals. Wir haben sie versucht, zu beruhigen. Zu sagen, dass sie im Moment eigentlich keine Gefahr ist. Haben sie dann gelagert. Sie war immer ansprechbar. Wir konnten ihr sagen, was läuft. Sie probieren, jetzt möglichst schnell ins Spital zu bringen. Die Angst geht um im Quartier. Denn das Opfer vom Chinagarten wohnte nur zwei Häuser neben der Buchhandlung. Man vermutet einen Zusammenhang zwischen den beiden Bluttaten. Sind das wirklich nur Zufälle? Oder hat es mit dieser Gasse etwas zu tun? Ist jemand, der Leute in dieser Gasse speziell im Visier hat? Und das ist eigentlich das, was belastend war. Wer ist der Nächste? Aber Opfer gibt es keine weiteren. Die Buchhändlerin überlebt. Es sollte sich herausstellen, dass der gemeinsame Wohnort Zufall war. Kein Zufall ist, dass alle drei Opfer Frauen sind. Caroline H. lehnt alles Weibliche ab. Frauen sind für sie verachtenswert. Es war nicht fähig, ich denke, Frauen wahrzunehmen. Sie waren schwach von Abscheuungswürdigung. Man muss annehmen, dass das wirklich eine Form von sublimiertem Selbsthass war. Immer mehr machen Caroline H. ihre Taten zu schaffen. Sie weist sich selber in eine psychiatrische Klinik ein. Gegenüber Betreuern erwähnt sie Träume, in denen sie Frauen tötet. Die Polizei wird eingeschaltet. Langwierige Einvernahmen beginnen. Sie hatte offenbar das Bedürfnis, jemandem davon zu erzählen. Dass sie das nicht mehr alleine mit sich herumtragen muss. Sie wollte sich erleichtern. Darum hat sie auch immer von Träumen erzählt. Sie sagte auch in einer Anfangsphase nie, sie hätte das und das gemacht. Der Detektiv konnte dann aber ganz klar Verbindungen zu Park, See, den Kinagarten herstellen, die ihm bewusst waren, dass dort Tötungsfellig war. Man hat dann natürlich die Auswertungen der Recherche der Polizei beigezogen. Und das hat sich gezeigt, dass Caroline H. Details erzählt hat, die an und für sich nur dem Täter oder der Täterin bekannt sein könnten. Konfrontiert sie die Polizei jedoch zu direkt mit den Taten, verliert sie unvermittelt die Kontrolle. Ich kann mir sagen lassen, dass sie zum Teil bei den Vorführungen bei der Polizei innerhalb von Sekunden so explodiert ist, dass sie einmal an einen Polizisten treiben gebrochen hat. Man muss sich das einfach vorstellen. Das ist wirklich explosiv. Und auf der anderen Seite ist sie absolut teilnahmslos bei diesen Einvernahmen gewesen. Auch die Kantonspolizei Luzern verhört Caroline H. noch einmal wegen ungeklärten Brandstiftungen. Auch hier gilt sie als Hochrisiko-Gefangene. Man gibt ihnen die Energie gar nicht, die sie hat. Die ist wahnsinnige Stimmungsschwankungen unterworfen. Sie konnten aus dem Nichts explodieren und dann sind Sachen geflogen. Unter anderem sollen mal sie explodiert sein, dann hätten sie drei Männer sie wieder haben unten im Büro. Und das zeigt eigentlich schon ein bisschen das Aggressionspotenzial, das die Frau hat. Sie wird für uns als sehr gefährlich eingeschätzt. Ich denke, was sie besonders gefährlich macht, das ist eine Frau. Und wir sind selten mit solchen Leuten konfrontiert. Der Zwischenfall bleibt nicht folgenlos. Die Kantonspolizei Luzern baut im Einvernahmezimmer eine Zelle ein, in der aggressive Untersuchungshäftlinge während der Befragung eingeschlossen werden können. Nach monatelangen, heiklen Einvernahmen ist Caroline H. in Zürich vollumfänglich geständig. 1999, acht Jahre nach der Bluttat im Uranierparkhaus, wird es jetzt öffentlich. Der Mörder ist eine Frau. Caroline H. Zwei Jahre später, am 17. Dezember 2001, kommt es zum Indizienprozess am Obergericht Zürich. Das öffentliche Interesse ist riesig. Jürg Fäß war damals Staatsanwalt. Seine Anklage basierte fast ausschliesslich auf Geständnissen der Täterin. Hier im konkreten Fall hat die Täterin Caroline H. jeweils ganz detaillierte Aussagen gemacht, bezüglich der einzelnen Taten. Aussagen und Details, die wirklich nur der Täter wusste, er musste dabei sein. Ich kann ein kleines Beispiel erwähnen. Im Urania-Tötungsdelikt. Dort hat die Anklagten gesagt, die Opfer haben im Moment, als sie sie runtergestochen haben, die Autoschlüsse in der Hand gehabt. Und sie waren mit auffallenden Schuhen, mit hohen Absätzen bekleidet. Und diese Schuhe haben ein besonderes Geräusch, so ein Tag, Tag, Tag verursacht. Und das sei ihnen auch aufgefallen. So etwas kam nie in den Medien. Zwei Prozess- tage lang sitzt Caroline H. hier im Saal. Neben ihr ein Sicherheitsbeamter des Frauengefängnisses Hindelbank. Auf eigenen Wunsch trägt sie Hand- und Fussfesseln. Ohne fühle sie sich nackt, sagt sie. Mit leiser Stimme schildert sie noch einmal ihre Taten. Erzählt vom Geräusch der Absätze, das sie genervt habe. Erzählt, dass sie Frauen verachte, weil sie schwach seien. Caroline H. wirkt angespannt und doch unbeteiligt. Vor Gericht bescheinigt Psychiater Andreas Frei der 28-jährigen Serientäterin eine hohe Gefährlichkeit. Und empfiehlt die Verwahrung. Man hat damals von einer kombinierten Persönlichkeitsstörung geredet. Eine sehr komplexe Geschichte. Wir haben damals von einer schizoiden, narzisstischen und borderline Persönlichkeitsstörung geredet. Wohl wissend, dass die Kategorie, die wir zur Verfügung haben, manchmal nur sehr ungenau das Phänomen beschreiben. Wie drückt sich das aus? Schizoid heisst sonderbar, verschlossen, eigenbrödelisch. Narzisstisch heisst prahlerisch, grandios. Und borderline heisst emotional instabil. Also wechselnde Gefühle unterworfen, Ablehnung einerseits und offen jubeln andererseits. Also eine Zerrissenheit der Persönlichkeit könnte man eigentlich sagen. Am Prozess zeigt Caroline H. keine Emotionen. Weder Mitleid mit den Opfern noch Reue. Sie sagt, man solle die Gesellschaft vor ihr schützen. Das Obergericht spricht Caroline H. schuldig. Des Mordes im Uranierparkhaus. Des Mordes beim China-Garten. Des versuchten Mordes an der Buchhändlerin. Der 50-fachen Brandstiftung, sowie weiterer Delikte. Der Schuldspruch lautet, lebenslange Zuchthausstrafe und Verwahrung auf unbestimmte Zeit. Es ist die höchste Strafe. Mit dem Urteil war ich sehr zufrieden. Das Ziel war ja, in diesem Verfahren, aufgrund der ganzen Vorschicht und der Taten, die Öffentlichkeit in Zukunft vor dieser Täterin zu schützen. Und das Mittel dazu sieht das Strafrecht vor Verwahrung. Und ich habe diese beantragt. Und das Gericht hat aufgrund dieser Situation richtig entschieden. Und hat auch eine Verwahrung auf unbestimmte Zeit ausgesprochen. Anders der Verteidiger. Nach der Gerichtsverhandlung kritisiert er das Urteil als übersteigerten Sicherheitsfimmel. Meiner Ansicht nach ist klar gewesen, dass eine solche Verwahrung kommt. Eine absolute Sicherheit, so wie das der Herr Referent heute gefordert hat, dass sie, meine Mandantin, erst gelassen werden kann, wenn es eine absolute Sicherheit gibt, dass nichts mehr passiert. So eine absolute Sicherheit gibt es natürlich bei keinem Mensch. Caroline H. wird abgeführt. Sie kommt in die Frauenvollzugsanstalt Hindelbank. Hier ist sie nicht im normalen Vollzug. Im Hochsicherheitstrakt, wo sie einsitzt, dürfen wir nicht filmen. Aus Sicherheitsgründen. Weil Caroline H. als gemeingefährliche Täterin gilt, ist sie in Einzelhaft. Das heisst, keine sozialen Kontakte und unter ständiger Überwachung. Die Verwahrter hat keine Aussicht auf Entlassung. Ihr Leben spielt sich zwischen Arbeits- und Wohnzelle ab. Ihre Zelle misst 16 Quadratmeter. Eine normale Zelle ist 12 Quadratmeter gross. Sie hat eine sehr grosse Zelle. Sie hat die ehemalige Arbeitszelle, die in Spau war, als Matentracht für die Terroristin. Da gab man ihr als Aufenthaltsraum. Man wusste, es gibt eine sehr lange Strafe. Sie ist wahrscheinlich länger da als andere, die bei Sicherheitshaft, am Sicherheitsvorzug an sie, die sie recht individuell einrichten konnte. Und wenn sie aus den Zellen rausgeht, also zum Arbeiten geht sie zu den Zellen raus, wird begleitet von drei Leuten, die hier arbeiten, und von Leuten aus dem Sicherheitsdienst, die dazukommen, arbeiten nachher in ihren Arbeitszellen. Im Sommer arbeiten sie auch viel von uns im Hof. Täglich kann sie eine Stunde trainieren. Drinnen oder draussen auf dem Hof. Dieser ist mit einem Erdwall umgeben, betoniert und vergittert. Vier mal vier Meter. Wie ihre Zelle. Anwalt Matthias Brunner vertritt Caroline H. seit fünf Jahren. Er ist überzeugt, dass die Isolierung zermürbend wirkt. Frau H. ist sich natürlich bewusst und spürt, dass sie in einem Gefängnis im Gefängnis ist. Bei anderen Häftlingen, andere Gefangene, die nehmen teil am Gefängnisleben. Das ist auch ein Stück weit ein soziales Leben. Da hat es Kontakte, da hat es Beziehungen, bessere, schlechtere. Da hat es Arbeitsaktivitäten, gemeinsame, Essen, Arbeiten und so weiter. Das ist alles bei der Frau H. nicht der Fall. Und sie merkt natürlich, dass das ihr zu arbeiten macht, dass das nicht gut ist. Zu den wenigen Aussenkontakten gehören die Eltern. Sie besuchen Caroline H. regelmässig. Über fehlende Beziehungen können Tiere hinweg helfen. In Hintelbank spielen sie eine wichtige Rolle. Caroline H. hat seit sieben Jahren eine Katze namens Zeus. Sie kann sich frei bewegen und gibt ihr Halt. Das ist halt jemand, der wirklich immer da ist. Jemand, der ihn zulässt, jemand, der ihn nicht raushäuscht, jemand, der ihm nicht rumhäuscht, jemand, der ihm nicht rumhäuscht. Ich weiss nicht, was die Insel sind, was genau die Katze für sie bedeutet, was genau sie der Katze erzählt oder nicht. Aber es ist eine Bezugsmöglichkeit. Es ist auch ein Tier, gerade in so einer Situation, bei der Wärme, die Möglichkeit gibt, jemanden anzulernen. Und eine Katze finde ich von dem her auch etwas Toles, weil eine Katze ist unabhängig im Ganzen. Also man kann sie nicht einfach pressieren. Der Zustand von Caroline H. ist labil. Es gibt Phasen, in denen sie ihre Taten leugnet. Chancen auf eine intensive Therapie hat sie momentan keine, mangels Erfolgsaussichten. Der Blick nach Form ist schwierig. Wenn das jemand nicht kann, wenn jemand immer noch am Kämpfen ist, wenn jemand das Urteil nicht anerkennen kann und das Gefühl, das muss noch ändern, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, dann ist es schwierig für sich selber Perspektiven zu sehen. Ich denke, man muss aus der Situation vom Inneren auflehnen irgendeiner Form von Gewassenheit kommen. Man kann also heute keine Perspektive bezeichnen, aber man kann auch das Gegenteil machen und sagen, es ist perspektivelos. Man weiss es schlicht und einfach im Moment noch nicht. Und damit man die Entwicklungen, die zu erwarten sind bei der Frau H. nicht verbaut, ist es auch sehr wichtig, dass sie in den kommenden Jahren vom Strafvollzug eben auch den Lebensmut und auch die Lebensqualitäten und die Lebensressourcen nicht verliert. Mit einer Täterin wie Caroline H. hat niemand gerechnet. Weder die Polizei noch die Justiz. Sie wird wohl immer eine Ausnahme bleiben. Eigentlich unfassbar.